Der Schlager lebt. Sie wollen bei der TV-Sendung dabei sein? Sichern Sie sich noch heute Ihre Karten. Viele Künstler aus drei Ländern erwarten Sie. Zu Gast sind wir diesmal in Schladen am Harz, in der Veranstaltungshalle Die Scheune. Erleben Sie eine Fernsehaufzeichnung hautnah, mit allen Ecken und Kanten und ohne doppelten Boden. Der Schlager lebt. Karten unter 05303 1516. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!